Liebe Kinder, wie versprochen melden wir uns am 4. Advent mit unserer Aktion Das Freibad unterm Weihnachtsbaum. Uns haben eine ganze Menge toller Zuschriften erreicht und ihr habt richtig künstlerisch wertvolle Bilder gemalt. Toll gemacht. Besonders gefreut hat uns, dass es sogar ein Modell des neuen Freibades aus Lego gibt. Vielen Dank dafür an Adrian aus Boppard. Aufgrund der großen Unterstützung durch die Bopparder Sponsoren war es uns auch möglich, dass jeder Teilnehmer am Gewinnspiel auch ein Gewinner ist und einen Gutschein für eine Jugendzehnerkarte gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch an alle an diese Stelle und ganz herzlichen Dank an die Bopparder Sponsoren. Rewe Markt, Otto May, Plumenbazar, Ulrike Neubauer, Alte Apotheke, Prokamp, Geschenkartikel und Haushaltswaren, Stammermode, der Bopparder Buchladen und weitere private Bopparder Familien. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Der Gutschein an die Gewinner wird in den nächsten Tagen in den Briefkasten überstellt. Und da wir so viele tolle Sponsoren haben und so viel Geld sammeln konnten, haben wir jetzt sogar noch die Möglichkeit, weiteren Kindern in unserer Stadt eine Freude zu machen. Über die Familienhilfe der Arbeiterwohlfahrt in Boppard können wir weitere solcher Gutscheine verteilen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Wir sehen uns nächstes Jahr im Freibad. Bis dann. Tschüss.